Yay! Gib, 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 gib! AHHHHH! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Krypton! Hier dabei ist wie immer der TKW. Und der Dumbuds. Ja, der Dumbuds. Und wir spielen... Äh, 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 äh... Ja, wir wollten das Haus fertig einrichten. Hat sich grad ein bisschen falsch angehört. Ja. Äh, und für die Leute, die ein... ...waches Auge haben, sagt man das so? Keine Ahnung. Ähm... Ich habe jetzt... ...s Fax... ...reingetan. Also nutze ich uns Ressource Pack. Und... Ja, ein paar, äh... NEIN! Ich hab mich verklickt. Ein paar Texturen fehlen noch. Da hab ich noch nicht alles... ...gefunden, beziehungsweise nachgeschaut. Aber der Großteil... ... wurde ersetzt. Wie man hier so, äh, schön sehen kann. Na gut, das noch nicht. Äh... Äh... Erstmal durch die Welt fallen. Wir kümmern uns jetzt um, äh, das Erdgeschoss. Und um... Ja? Ja. Nicht, äh, die oberste Etage drauf hauen. Hätten... Hört man nicht zuerst die Räume unten... Ja, okay, wir können auch zuerst hier... Ja, ist vielleicht gescheitert zuerst. Die oberste Etage. Mhm. Gut, ähm... Dann... Hast du noch Holz im Inventar? Ja, 20. Äh, hier sind noch 43. Das reicht aber nicht. Dann geh ich noch mal ein neues Holz holen. Du kannst ja auch schon mal Zucker... Zucker auch... Äh, warum... Woran's denn... Ach, egal. Was? Wir haben hier vor unserem Haus Bäume stehen. Wenn du dich vielleicht erinnerst. Oh, ja. Ne, kann ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, dann wäre es immer gut, die Augen aufzuspüren. Wieso denn? Hier ist doch auch okay. Ja, aber du brauchst nicht zu weit Lauf. Ja, das ist ja nicht weit. Ja, es ist ein Unterschied zwischen 10 Blöcken und ich weiß nicht, wie viele da hinten sind. Ja, ein kleiner Unterschied, ja. Was magst du an unseren Bäumen nicht? Ich verstehe es nicht. Na, ich mag die ja ebenso sehr. Deshalb will ich die ja nicht fällen, weißt du? Ja, ja, ja. Gut, dann setze ich dir auch nicht mehr, weil du rennst sowieso wieder, aber anders hin. Nein, 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 ist ja gut. Äh... Ähm, äh, äh, ähm... Immer besser mehr Bäume als zu wenig. Macht Sinn, oder? Ja, er gibt Prinzip erst 7. Aber... Irgendwie auch wieder nicht. Eigentlich ist es mir egal. Es ist mir egal, egal. Äh, ich würde trotzdem vorschlagen, bevor wir die obere Etage machen, dass wir uns überlegen, wie die Treppe aus welchem... Ja, das stimmt. Äh, zeug die Treppe sein soll, weil dann müssen wir nicht immer über diese Scheiße... Über diese... Wuff! 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 Ja, so, aus welchem Holz soll die jetzt sein? Oder, äh, oder sind es überhaupt aus Holz sein? Ne, irgendwie nicht, ne? Also, ich find... Holz schon mal nicht. Aber was nimmt man denn sonst? Hm... Also, wir können ja theoretisch jeden einzelnen Block nehmen, ne? Denn wir haben ja, äh, den... Wie heißt der jetzt noch gleich? Microblocks. Genau, Microblocks-Mod drin. Und da könnten wir theoretisch jeden Block in Half-Slaps verwandeln. Ja, nur müssen wir die Ressourcen erstmal dazu haben. Und erstmal wissen, welchen wir denn machen. Genau. Vielleicht, vielleicht ja Baumstämme halbiert. Meinst du, das sieht aus? Ja, aber wenn, dann nicht Eichen, sondern das dunkle Holz, die Tannen. Die Tannen? Ja, weil dann entsteht, wie ich finde, ein... ...ein relativ guter Kontrast dazu. Weil die Tannen zapfen. Ja, das kann man doch machen. Hast du schon Tannen gesehen? Nein. Aber in irgendeinem... ...wird es sicherlich irgendwo ein Schneebium geben. Heißt Tomatenmark, Tomatenmark... Tomatenmark? Den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Nicht? Nein. Okay. Wie ging denn das andere? Das ist eine, warum kugeln, dann das andere? Das ist nicht Tomatenmark, sondern... Wie ist denn das? Also ich kenne sonst keins tatsächlich. Heißen... Ach komm, ich habe es vergessen. Irgendwo muss es doch... Spruce, wo es so hieß es, genau. Ich habe hier bis jetzt noch nichts anderes als Wüste und Savanne gesehen. Und eine ganz kleine Insel mit Plains. Ja, nicht gut. Ach, nein, gibt's... Doch, ähm... Ach, haben wir noch nicht. Denn... Wie ist dieser eine Stein da? Der eine Stein? Der alles in alles verwandelt. Nein, nicht der eine Stein. Äh... Äh... Der eine war da Philosopher's Down und der andere war da... Genau. Na? Boah, Alter. Ich bin ein bisschen... Ah, ja. Wir haben früher so viele Modpacks gespielt und dann wussten wir das praktisch auswendig. Und jetzt? Mhm. Der ist von Industrial Craft, oder? Such doch einfach... Ja, nach Stone schaue ich schon, aber... Ja, aber bist du dir sicher, dass der von Industrial Craft war? Ich meine schon. War das nicht eine extra Mod? Okay, kann sein. Ja, dürfte eine extra Mod sein. Naja. Kann man jetzt mal. Gut, dann fällt das auch flach, das heißt... Ähm... Wir müssen irgendwo Sprucewood herkriegen. Mhm. Vielleicht können wir es beschwören. Es muss doch irgendwo... Es muss doch irgendwo Schnee geben. Ja, sonst hat man überall Schneebejungen, oder? Ja, manchmal besteht die komplette Karte nur aus Schneebejungen. Mhm. Mhm. Aber wenn wir uns mal brauchen tun, tut... Ja. Wow. Ich sehe jetzt erst, dass das Ganze aus... aus... ähm... Netherrack gebaut wurde. Was denn? Von der Kirche. Ähm... Ja. Ja. Ach, das ist Netherrack. Äh... Ich habe mich nämlich schon gefreut. Hey, die hatten... Das war vielleicht Sprucewood, aber... war es gar nicht. Ich komme mir vor wie bei Silent Hill. Weil ich die Render Distance runterdrehen muss, damit es nicht so total ruckelt. Ach so. Aber ich kapiere es echt nicht. Ich habe eigentlich gar keinen so schlechten PC. Ähm... Wie wollen wir denn die oberste... äh... die obere Etage machen? Also genauso wie die untere? Oder... Hm... Weiß ich noch nicht. Habe ich mir jetzt tatsächlich noch gar nicht überlegt, weil ich immer noch auf der... Alter. Wer hat denn das denn? Was hat denn da für ein... Der da für ein Lager? Alter, Alter. Hä? Ich habe den Mod doch drin! Äh... Die... Die Texturen. Hä? Hä? Warum nicht? Ich habe die Mod doch drin! Ich kapiere es nicht! Und was denn? Iron Chest. Denn da habe ich doch die Texturen für das Fax drin. Vielleicht habe ich die vergessen, kann sein. Egal. Es geht schon wieder... Es geht schon wieder dunkel, ey! Es geht schon wieder. Oh ja, Mann. Erstmal dunkel gehen. Äh... Ja... Ja Gott, ey! Was macht man denn jetzt, wenn wir kein Sprucewood haben? Sollen wir entweder was anderes... Was anderes als Sprucewood verwenden? Was... Was. Du... 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 War die Lecks gemächt auf dem Wecker? Ja, Lecks ab. Tregnet das auch noch, ey. Echt? Alter. Was? Was, weh? Nein, ich habe mir nicht die Nase hochgezogen, falls du das jetzt denkst. Nein, du hast gerülpst. Ich habe es ja gehört. Ich habe auch nicht gerülpst. Natürlich hast du gerülpst, ich labere doch nicht. Ich habe getrunken. Ja, und dann gerülpst. Ja? Ja. Achso, kann ja sein. Er bekommt es nicht immer mit, wenn er rülpst. Aber was ist denn dann da dran, weh? Es hört sich ekelhaft an, Kalt. Ekelhaft? Das war ein ganz normaler Rülpser. Boah, ich muss, glaube ich, gleich die Tür zumachen, weil das hier noch lauter wird, hier. Also, bis jetzt hört man im Teamspeak noch nichts. Ja, ja, ich habe sie auch immer über, 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 unter Überwachung. Unter Überwachung, okay. Ja, also, wie soll man das jetzt machen, hey? Äh, indem wir einen Block über den anderen setzen. Und eventuell auch mal einen drunter. Alter. Äh, ja, äh, aus, aus was für einem Material, sag mal, was machst du hier? Wen willst du, was machst du? Ich setze da gleich die, äh, das Holz drauf. Okay. Ja. Eine in der Tat ist in der Tat, eine Tat, ja, eine in der Tat. Bin, Moment kurz, bitte. Kann sein, dass es jetzt einen Cut gibt. Wenn nicht, dann nicht. Wenn sonst, dann bis gleich. Nein. Schala, lalalala. Da wird es ein Cut, nur. Ah, ja. Ein Cut, nur. Kann er sich den Menschen leisten? Ja, ich berichte dich auch. Kann er sich den Menschen leisten, bei uns auf einer öffentlichen Fahrer in der Straße einfach so vorbei zu fahren? Das ist eine Frechheit. Wuff, wuff, wuff. Ja, komm, reg dich so richtig auf, bitte. So, wenn jetzt ein Cut war, willkommen zurück. Wenn nicht, dann auch willkommen zurück. Ähm. Ähm. Wut mukminu? Was? Äh, ja. Wir könnten auch Cobblestone nehmen, aber ich glaube, das sieht nicht aus, oder? Ja, da finde ich, sieht sein, äh, sieht sein Stiegel besser aus. Ansonsten nehmen wir halt doch Eichenholz. Ja, nein, Eichenholz nicht. Nicht. Nein. Nein, also... Wau, 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 wau. Wannst du verarbeitet das Eichenholz oder die Eichenholzstämme? Ne, ne. Die Eichenholzstämme. Ja, das... Das ginge noch, aber ich bin trotzdem der Meinung, es würde noch dunkler gehen, passen. Ja, bist du das? Ja, bin ich. Krieg ich doch. Jetzt habe ich schon wieder drei Eichenholzstämme zu wenig. Ich habe noch was. Okay, dann komm mal hier hoch und setz die mal hier. Ja, würde ich ja, aber es gibt keine Treppe. Erstmal muten. Sehr schön. Ja, ich will ja nicht, dass du dich wieder über meine Rülpser beschwerst. Ja, ich habe eine bessere Lösung. Einfach nicht rülpsen. Ich will aber trinken. Trinken kann man ja auch ohne rülpsen. Den muss ich nicht unbedingt... Ich habe ja eben überhaupt gar nicht gerülpsen. Natürlich hast du. Ich habe es sogar auf der Aufnahme. Hast du dir eingebildet? Ja, natürlich, ich bilde mir von dir einen Rülpsen ein. Trillig. Ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, das stimmt aber. Hast du dir nur eingebildet? Ich habe ja aufgenommen, also wir werden es ja sehen. Okay. Vielleicht hast du ja auch nur da einen mit dem Strohhalm trinken. Nein, das war danach. Nein, das war danach. Aber der war nicht eklig. Nein, ich finde Rülpser allgemein nicht so ansprechend. Ja? Ja. Und du guckst Spiezmied? Ja! Aber manchmal ist es auch echt grenzwertig, muss man sagen. Ähm. So, wie machen wir es? Komm, wir gucken jetzt einfach mal, wie es aussieht, wenn wir da das Eichenholz nehmen. Also die Stämme. Ja, dann hast du noch was übrig. Dann gib her. Aber wie hoch ist die Chance, dass du hier durchtriffst? Schau mal. Die liegt jetzt da hinten unten. Ich kann mal hinzuhören. Ich kann mal hinzuhören. Das hat ja das Skill, mein Lieber. Und das war natürlich auf jeden Fall so geplant, ja. Boah, jetzt geht's wieder scheiß Gählerei wieder los, ey. Das... Ah, fuck. Tja, aufnehmen ist halt ermüdend. Bin ja... Ah, ich bin... Ich bin schon wieder auf 180, ja. Ja, nicht auf 360. Ja. Der wäre ja eigentlich gleichzeitig wieder bei 0. Wieso denn? Ja, dann musst du halt auf 200... Ne, was? 359. Verkackt. Ja, aber ganz sehr ververkackt. Och ja, ein bisschen. Genau, ich wollte eine... Als ich die Saw sah. When I saw the Saw. Oh nein. Weißt du was? Es stellt sich sogar noch eine andere Frage. Aus was machen wir die Säulen? Ja, die beantworten wir gleich. Ich will jetzt endlich diese verkackte Treppe hier fertig haben. Ja? Ja, bis ich das nicht geschafft habe, da kann ich nicht klar denken. Hallo. Hey, du da. Na, du Nudel. Na? Na? Hallo. Na, 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 na. Ich ja. Na, 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 na wenn es dunkler wäre. Ja, wir machen es jetzt einfach erstmal damit und wenn wir dann Spurshut haben, dann tauschen wir das aus, ja? Ja, bin ich einverstanden. Warum hast du das beide abgebaut? Ja, ich habe noch Erde. Okay, schade. Ich auch, ich habe auch Erde. Ja, wir sind ja da auch sicher. Äh, ob sich das bis da oben ausgeht? Ich weiß es nicht. Da ist schon irgendwo ein Zombie. Egal. Warum habe ich die jetzt weggemacht? Wollte ich dich auch gerade fragen. Ist das sinnvoll, ey? Oder sind Zombie an der Tür? Hallo? Oha, habe ich doch nicht. Vor allem du bist total sinnvoll. Vor allem du bist total sinnvoll. Vor allem du bist total sinnvoll. Was? Vor allem du bist total sinnvoll. Hängst du dich gerade schon wieder an meinem sinnvoll auf? Nein, nein. Nee. Ich will weiterleben. Wir haben jetzt entweder die Wahl, also wir haben es falsch gemacht. Hey, wieso haben wir es falsch gemacht? Wir müssen das eins weiter übersetzen. Hey, wieso denn? Weil sich sonst das mit dem beißt hier. Weil das nicht übereinstimmt. Wieso beißt sich das? Klar stimmt das. Ach so. Nein. Und wir können hier nicht nur einen Ding freilassen. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal nach vorne verschieben. Ich will abbauen, bitte. Danke. Bitte. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. Balla Balla. Kannst du noch die Balabalas? Was kenn ich? Balabalas, die gab es bei uns in meinem Schwimmbad Das war wieder sinnvoll Alter Warte, ich hol es kurz Wo hast du eben angefangen? Bist du behindert? Lass das halt weg War das wieder sinnvoll Das ist dann bald So, wir fangen jetzt einfach da oben an Okay, das ist sinnvoll Fuck Nein Ja, lass es halt Was warst du denn riechen, dass du schon wieder verkackst Wo ist jetzt das Teil hin? Was für ein Teil? Das Achso Ja, du hast den Rest Was? Was machst du denn? Alter, bist du irgendwie behindert? Hä, warum ist das jetzt? Hä? So, ich würde sagen, einer baut und der andere baut Erde, ja? Okay, ich baue Erde Gut, dann musst du mir aber die Teile geben Okay, dann baue du Erde Ich geb dir nämlich gar nicht Alter Alter Oh ja, voll gut Oh, wunderbar Oh, wunderbar So Waren das jetzt alle? Warum geht sich das jetzt wieder nicht aus? Weil, du bist doch so klug, ey Du hast wieder an der genau gleichen Stelle angefangen wie vor Da bringt das doch auch nix, dass wir dann, dass wir von oben anfangen Äh Doch Alter Nur am Fällen hier, alle Warum hast du das jetzt abgebaut? Das ist doch richtig Ich hab das schon hingesetzt Gut, ich muss sagen, an dieser Stelle beenden wir mal die Folge Hey, komm, das machen wir jetzt noch schnell Ja, okay Noch schnell Wie eben auch, ja? Die werden alle wieder so lang Die Folge Äh Ich mag das gar nicht Äh Ist doch Was? Was hast du jetzt wieder gemacht? Nix Alles okay David scheitert am Treppenbaum In Minecraft Ja, das ist ja auch nicht so schwer Äh, einfach Ja, da kann ich's Das war jetzt nicht so sinnvoll Ja Alter So Danke Wundervoll Wanderfolie Ja, wir sind noch nicht ganz fertig Aber Das können wir Ja, äh Den Anderen Teil machen wir dann in der nächsten Folge Oh ja Brommen wir dann wahrscheinlich Gut Äh, danke fürs Zuschauen Wir sind uns in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat Bitte lasst einen Like oder einen Kommentar da Einfach Wenn nicht, also einfach eine Bewertung da lassen Bla bla Gute Nacht Wir sehen uns bei der nächsten Folge Tschüss Ciao